Was machst du da? Ich hole unseren Fahrradträger. Sag mal, hast du nicht Schule oder irgendwas? Kannst du nicht mal deinen Vater filmen? Guten Morgen! Nein, das ist langweilig. Kinderleicht, der Flexfix-Fahrradträger von Opel. Morgen! Nur eine von vielen Opel-Ideen, die das Leben leichter machen. Und was kann ihr Auto? Opel. Wir leben Autos.